Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Es ist eine Riesenfreude, dass wir heute Morgen um 9 Uhr den Zoo wieder öffnen durften. Die vielen Familien mit Kindern, die in den Zoo geströmt sind, sind das beste Zeichen für die Beliebtheit des Zoos. Und es ist eine wunderbare Zeit, dass wir jetzt bei bestem Wetter viele glückliche Gesichter schauen können. Der Besuch des Zoos ist sicher, weil wir erstens ein sehr großes Gelände haben. Die Menschen verteilen sich hier auf über 23 Hektar. Wir haben breite Wege. Wir haben an einigen Stellen auch Einbahnstraßenregelungen. Die Gebäude sind geschlossen, alle tragen Maske, alle halten Abstand. Und wir achten auch darauf, dass die Regeln eingehalten werden. Und die Zahl der Besucher ist ja beschränkt. Es verteilt sich über den ganzen Tag so, dass insgesamt etwa 2000 pro Tag eingelassen werden können. Und wir werden damit Zusammenballungen, Menschenknäuel und so weiter zu verhindern wissen. Und wir werden damit, dass die Begräufe sind, die Begräufe sind, die Begräufe sind, die Begräufe sind, die Begräufe sind. Und wir werden damit, dass die Begräufe sind, 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 die Begräufe sind Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020